Manchmal geht was nicht so richtig voran und dann habe ich gemerkt, wenn man ein bisschen überspitzt, ein bisschen überzieht, vielleicht für manche auch ein bisschen zu sehr überdreht, dann auf einmal reden alle davon, dann auf einmal überlegt man sich, was kann man denn ändern und dann kommt was in Bewegung. Deshalb ist es gut und richtig, wenn man ab und zu ein bisschen provoziert, dann kommt auch der Fortschritt. Über mich wurde ja immer sehr viel berichtet, vieles war auch falsch, das stelle ich in dem Buch auch klar. Natürlich will ich mehr sagen in dem Buch als nur über Politik reden. Ich möchte eigentlich jedem sagen, jeder ist frei, jeder kann frei entscheiden, jeder kann eigentlich das tun, was er gerne will. Wir werden durch unsere Ängste begrenzt. Das Buch ist auch eine Empfehlung dafür, mal die Ängste zur Seite zu schieben und zu sagen, wie möchte ich mein Leben wirklich leben und ich frei bin wie ein Vogel des Himmels. Manchmal kommt es mir so vor, als würde ich eine Klippe runterspringen und wüsste nicht, wo ich unten lande. Aber auch da habe ich mir oft gedacht, war richtig so und wir haben oft viel zu viel Kopfgedanken. Manchmal ist das Herz wichtiger.